Mein Name ist Petra Renner und ich verkaufe bei Ebay meine selbst hergestellten Sachen, die ich in meiner Werkstatt herstelle. Also ich verarbeite meistens Sachen, die ich bei Ebay kaufe, verarbeite ich dann wieder zu neuen Sachen. Also, wie soll man das nennen? Upcycling, ja, kann man sagen. Ich habe bei Ebay eine Blaufuchsjacke gekauft, die auseinander genommen, habe Manschetten von genäht und die habe ich dann bei Ebay versteigert. Wurde auch gleich geboten und so und das war so ein Erfolgserlebnis. Ebay ist eigentlich wie so eine Familie. Ja, Ebay ist, ich will jetzt nicht sagen, mein Leben. Ja doch, aber irgendwie schon. Ich kann Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Ich habe drei Kinder und kann mir eigentlich meinen Arbeitstag frei einteilen. Die Anfangszeit wird hart, aber es lohnt sich. Also zufriedene Kunden und und man selber ist dann auch zufrieden.